Na? Hallo. Ging sogar schneller als gedacht. Hier. Schon ein bisschen als ob man wieder Student wär. So zur fünften einer WG, auf dem Boden rumsitzen. Im Früh scheint nur Licht und Bier. Dann lernst du da auch ständig neue Leute kennen. Weißt du, wie es ist? Man will nicht allein sein, wenn man schon fremd ist. Du, ich hab die zweite Decke nicht gefunden. Ich hab' nen Schlafsack dabei. In Weimar war immer alles überschaubar. Provinziell fast. Man weiß genau, was man hat und wer man ist. Das hat auch was für sich. Komisch, auf deinen Fotos sah das irgendwie ganz anders aus. Also nicht so, als hättest du irgendwas vermisst. Fotos? Online. Pass auf. Gibst du dir das? Du nicht? Nein. Um ehrlich zu sein, ich hab dein Profil verborgen. Ich will das nicht sehen, was du jeden Tag so treibst. Das wird mich wahnsinnig machen, glaub' ich. Ich will weitergehen. Verstehst du? Du bist auf die Lose hoch. Dann findest du. So, wenn du musst. Du bist.